Also Minecraft mit dem Ali-LP. Mit dem Ali! Sag immer Ali-LP, obwohl der Ali heißt. Wir brauchen... Und zwar in neuen Jahren. Eine Schlucht, eine Schlucht, da ist eine Schlucht. Da ist eine Schlucht, Ali. Sollen wir da rein? Ja. Du hast eine Schlucht, Ali. Ich gebe dir einen Tipp, wenn du Sachen so baust, also wenn du fast runterfällst, musst du sneaken, dann fällst du nicht runter. Kommst du? Geh nicht zu den Monstern. Nein, wenn du jetzt stirbst. Ich hole nicht deine Sachen. Ist das ein Creeper? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß, mach ich doch mal. Oder es brennt mir den Weg frei. Oder er fährt... Oder nein, er ist gestorben. Oder nein, er ist gestorben. Ich bin Level 3. Nein, er ist gestorben. Siehst du? Siehst du? Siehst du, es ist da unten, Ali. Nichts nur hier. Ja. Aber da gibt es voll viel Eisen und so. Da ist ein Kilomand! Jolo, spring da nicht rein! In die Lava! Nein, niemand soll da reinspringen! Warte, ich mach jetzt die Lava, hier ist so ganz... Soll ich die Lava wegmachen? Nein! Die Antwort ist ja! Nein! Ah! Nein! Ich werd nix davon jetzt kaputt machen! Sonst fließt sehr viel Lava auf dich! Nein! Nein! Loll! Manni! 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 Du bist so ein Verräter! Du lässt mich einfach... Was? Manni! Ich wär' fast gestorben! Nein! Leider nicht! Boah! Die Fledermuss ist so dumm! Die läuft mitten ins Lava! Nein. Wie ist er noch mit eingeben? Das war natürlich dumm, ohne Essen hier reinzugehen. Nein. Sag jetzt nicht, dass du stirbst. Ja, mit halbes Herz stirbst du nicht. Aber ich habe einen Zombie. Nehm dich immer in Acht, wenn ein Zombie da ist, ok? Wo? Ah, lol! Lass ihn in Ruhe! Da ist ein Creeper. Schieß ihn ab, ok? Ich auch. Da ist ein Zombie. Soll ich den Zombie töten? Ja. Ja. Oli! Ich komme raus und... Warte. Ich hole deine Sachen. Beschütze dich. Nein! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Ich sterbe gleich! Oh, danke, lieber Gott. Hm, Ali. Ein Zombie mit Goldrüstung. Kann ich dir gerade nicht sagen, dass ein Zombie mit Goldrüstung so wichtiger ist als die Folge. Sechs Minuten, die geht schon sechs Minuten, soll ich verrottetes Fleisch essen, aber damit komme ich daneben. So schnell aus die Höhle raus. Ja, ich weiß. So schnell raus. Yolo, sag ich mal dazu, was gerade mir passiert wäre. Yolo. Yolo wäre fast enttäuscht von mir, weil ich wäre fast irgendwo reingefallen, wo Yolo nicht wissen möchte. Also jetzt kannst du wieder nur mal, ne? Ich sag nur dazu Yolo, wenn ich in die Höhle bin. Warum hab ich nicht gemacht mit Teleportieren? Warum kommt man dann? Yolo, 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 Yolo. Nein, nein, fast aber. Ich bin zu, ich bin, ich bin gesprungen und ich wäre fast in die Lava gefallen. Und wer, ich wäre fast gestorben, ich sag's dir, ich wäre fast gestorben. Ich bin tot. Und ich bin tot. Und ich bin tot. Aber ich sag nur dazu Yolo, was gerade passiert ist. Ich sag nur Yolo, was mir fast passiert wäre. Ich sag nur, wie meine Haare aussehen. Ich, nein, ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich sterbe nicht. Ich habe Locken. Ich, das hier zu denk. Ali? Wo sind unsere, nein, wo sind unsere Bette? Jetzt darf kein Skelett kommen, oder sonst wo, einfach rottes Fleisch essen, ab halbes Leben, bringt es was? Schwein, Schwein! Oh, naja, du hast dich doch beklagt, dass ich mit anderen um die Uhrzeit. Aber du bist in der Aufnahme mein Vater her und der redet gar nicht, der telefoniert. Gibt es woher die Chups? Zehn Minuten. Zehn. Lass aufhär. Nein, ich wandle nicht flüchten und ich kann nicht fällen. Ah, ok. Ich würde noch sagen, das war's mit der Folge. Nein, ok. Ich mache jetzt noch eine Folge. Und ich würde noch sagen, das war's. Tschüss. 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 Tschüss.